Du wirst doch jetzt nicht abgegratzt sein. Sagen Sie mir, wo Sie sind. Warum sollte ich das tun? Wenn Sie es nicht tun, lege ich Sie um. Los, fahren Sie! Fahren Sie zu der nächsten! Was ist das für ein Gebäude? Eines, wo du nicht lange drin sein willst. Wer hat dir das angetan? Nein! Mach das Licht an! Ich bringe das jetzt zu Ende. Du hättest mich besser umleben sollen, solange du es noch konntest.